Wer auf Instagram Atlas Smart Snack folgt und gerne deren Storys und Posts ansieht, dem wird der Maximo Macadamia-Regel nicht entgangen sein, vor allem diese ganz einzigartige Optik. Äußerlich mag er wirklich sehr schlicht aussehen, er ist überzogen worden mit einer dunklen Schokolade. Das Highlight des Regels versteckt sich allerdings unter der Schokoladenschicht bzw. unter zwei Schokoladenschichten, denn hier wurde wirklich zweimal schokoliert. In der Mitte befindet sich nämlich eine cremige Salzkaramelschicht. Die Proteinmasse wirkt nicht ganz so zäh, wie man es von den anderen Whey-basierten Regeln kennt. Auch beim Essen merkt man einen Unterschied zu den üblichen Whey-basierten Regeln. Anfangs ist es zwar leicht chewy, binnen wenigen Kourmetten wird aber richtig schön soft und erinnert stark an einen veganen Atlas-Regel. Hier hat Atlas wirklich wortgehalten, es schmeckt sehr schokoladig sowie fein vanillig und süßkaramellig. Auch der salzige Part lässt nicht lange auf sich warten. Beißt man auf ein Macadamia-Nussstück, entfaltet sich direkt ein sehr salziges Aroma, als würde man original auf einen Salzkorn beißen. Beim Salzkarmel selbst kommt der salzige Part etwas milder durch. Ich finde den Riegel super lecker, auch die Konsistenz spricht mich total an. Es ist ein geschmackliches Highlight, welches sich Salzkarmel-Fans auf keinen Fall entgehen lassen sollten.